Ich muss dir ein Geheimnis erzählen. Hätte ich sie nicht in dieser Nacht getroffen, hätte ich nie diese Zahl gesehen. Und ich hätte auch niemals 2046 geschrieben. Liebe ist eine Sache vom Timing. Du glaubst, du hast sie gefunden. Dann zeigt sich, es ist nur eine Illusion. So stellte ich mir vor, ich sei einen Japaner, der einem Androiden mit verzögerten Reaktionen verfällt. Früher liebte ich eine Frau, doch nach einer Weile verschwand sie. Ich fuhr ins Jahr 2046, denn ich dachte, sie wartet dort auf mich. Aber ich konnte sie nicht finden. Du sagtest, er war die Liebe deines Lebens. Du liebst sie sehr, nicht wahr? Geh mit mir fort. Geh mit mir. Geh mit mir. Geh mit mir. Geh mit mir. Geh mit mir gleich. Geh mit mir. Lass uns verschwinden nach 2046. Untertitelung des ZDF für funk, 2017